Die Welt wandelt sich, nicht zum Besseren, für die Feinde von uns, eher zum Schlechteren. Wir sind in einem sehr, sehr späten Punkt der Kampagne angekommen. Es ist relativ selten, dass die Krabbe jetzt hier überhaupt noch sowas spielt. Aber die Krabbe hat natürlich Mods und hat die Mods ausgebaut. Und spielt gegen Feinde mit ein paar Millionen Mann. Deswegen lassen wir uns natürlich ein bisschen weiter daddeln. Weiterspielen. Vor allem die alte Oma, die wird auch bald abnippeln hier, die alte Oma. Das ist ein echter Erbe hier. Ist auch schon 56. Digga, das hat keine Kinder, scheiße. Das ist ein Problem. Höchstalter 25. Perfekt, 22 Jahre. Bitte direkt heiraten, bitte direkt Kinder zeugen. Zeuge Kinder. Scheiße. Nein, die ist hässlich. Was ist mit ihr? Kannst du Kinder kriegen? Scheiße, Fruchtbarkeit minus 20. Na gut, wird schon klappen. Wird schon funktionieren. Problem ist, sie kann natürlich nicht mehr schwanger werden, weil sie alte Oma ist. Das habe ich ja auch schon gesagt, als es soweit war. Klar, ich habe mir damals schon gesagt, das ist eigentlich problematisch mit der Frau, weil die natürlich keine Kinder bekommen kann. Okay, der Krieg hat geendet. Und das Problem ist, dass jetzt aktuell, okay, den Krieg werden sie auch gewinnen. Das ist allerdings ein Verteidigungsrieg, deswegen ist es nicht weiter schlimm. Ich erwarte allerdings, wie gesagt, jederzeit, dass die uns angreifen. Dann können wir eigentlich wieder Skandinavien angreifen. Das ist wahrscheinlich die viel interessantere Frage. Soon TM wahrscheinlich. Skandinavien. Ne, das ist nicht Skandinavien. Das ist vier Monate. Kann jetzt die nächsten vier Monate erstmal Kaffee trinken und blöd schauen, wie die Sonne aufgeht. Bordigin. Bordigin. Was ist das für ein Name eigentlich? Oh, ich habe hier Ländereien, fällt mir gerade auf. Okay. Ich habe da Ländereien und die haben es nicht geschafft. Was habt ihr denn da oben für Ansprüche? Was ist denn mit euch? Ja, wir haben Ansprüche am Arsch der Welt. Ja, ja, schön, schön, toll. Ja, ja, toll. Ja, ja, ja. Wir könnten einfallen ins Königreich. Komm, weißt du was? Scheiß drauf, egal, komm. Ganz, ist doch egal. Du wärst echt asozial, wenn die Half-Seven jetzt auf den Sack gehen würden. Wenn ihr noch langsamer die Truppen aushebt, gehe ich in Rente. Habe schon alle Ausheben gemacht, oder? Jetzt hat... Die ganzen Bauern mussten erstmal vom Hindu-Kuschel geflogen werden. Jetzt hat es aber perfekt. 300.000 Mann sollten reichen. Halbieren die auch gleich alle direkt. Das ist eine Invasion, meine Damen und Herren. Das heißt, wir brauchen viele Truppen, die schnell über den Feind hinwegfegen. Quasi. Na? Ihr versteht. Ihr seid alles gewiefte Geister. Und Krabben. Das ist natürlich das Problem, nur dass wir hier wahrscheinlich alle verrecken werden, bis wir was erreicht haben. Ja, das Half-Seven-Problem ist noch nicht gelöst, muss man trotz allem sagen. 524.000 Mann. Die gewinnen jetzt halt ihre ganzen Verteidigungskriege. Werden dann wahrscheinlich auch wieder in die Offensive gehen. Und erobern halt nebenbei Skandinavien. Half-Seven werden ihren, äh, die Abba-Seven werden wahrscheinlich ihren Offensivkrieg nicht gewinnen. 185 lebende Mitglieder. Oh, jetzt gebären sie einiges an Kinder. Ich hab natürlich die Mod installiert mit, also ich hab die Mod nicht installiert, ich hab die Mod geändert mit mehr Fruchtbarkeit, dass sie mehr Kinder kriegen. Äh, macht sich jetzt erst so richtig bemerkbar. So wie es ausschaut. Wo sind meine Truppen eigentlich? Ich hab's wieder ganz vergessen. Aha. Macht da oben, was ihr wollt. Das ist nicht mein Problem. Wir stehen schon mal nebenbei gemütlich zur Hauptstadt, würde ich... Ah, stopp. Wir stehen nebenbei schon mal gemütlich zur Hauptstadt, würde ich sagen. Mal gucken, was es da so gibt in der Hauptstadt von... Borjigin. 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 Komischer Name. Soll einfach hier Mongolen heißen halt. Mein Herzog. Was? Richard, Sohn von Schmiede-Trenke, das Opfer meiner Tochter. Du möchtest meine Tochter umbringen. Du. Hundesohn. Aber den Kerker mit dir geht nicht. Dann bring ich dich einfach um. Ganz random. Hihi. Schnipp, schnapp, Köpflein ab. Das nennt man nicht Tyrannei, sondern das nennt man... Oh Gott. Sonst bewegen sie sich 10 Kilometer pro Jahr und dann laufen sie 100.000 Kilometer in einer Sekunde auf einmal oder was? Wollen wir doch alle verarschen. Ich weiß nicht, was hier was ist. Was sind die... Was sind die Dinger? Was sind die Grafschaften? Das ist alles eine Grafschaft, oder was? Macht's ja noch größer, oder was? Brauche ich ja Jahre, um das alles zu obern. Ich bin eine Hexe geworden. Egal, auf meinen alten Tag kann ich auch noch eine Hexe werden. Königin Sieburt ist auch Hexe. Ne, Sieburt. 110jährige Oma konvertiert 100jährige Oma zum Hexentum. Das kannst du auch... Das kannst du keinem erzählen, echt. Das glaubt dir keiner. Nein, dass jemandem erzählst, die glauben, ich verarsche die. Ja, ich habe letztens Crusader Kings 3 gespielt. Aha, ja, cool. Ja, ja. Ja, ja, meine 110jährige... Königin hat meine 100jährige Herrscherin konvertiert. Aha. Zur Hexe, oder was? Niemals. Doch, doch. Nein, nein. Krabbe, halt deine Schnauze. Wirklich. Leute, Krabbe ist wieder behindert im Kopf. Was? Was? Ja. Sie wird meine Rivale. Ne, gar keinen Bock. Lasst mich einfach nur rüber mit eurem Blödsender. Und das hier oben. Die Galshuts mit Doppel-U. Die sind auch richtig am Sack. Keine Ahnung, was denn ihre Mission war oder ist. Oh, schau mal an. 160.000 Mann. Da geht ja was bei denen. Hola. Angriffskrieg, Verteidigungskrieg. Hä? Ach so, die wurden als Verbündete gerufen. Ach, wie süß. Wie knuffig. Wie süß die sind. Hey Leute, ich bin's wieder. Spaß am Rande. Wollte jetzt, äh, ich weiß natürlich, die Community, die ich habe, die Leute, die mich schauen, sind um die 30 Jahre im Schnitt. Sogar älter. Durchschnittsalter ist laut Google bei 35 auf meinem Kanal, was ich relativ faszinierend finde. Die meisten von euch kennen dieses Hey Leute gar nicht. Ähm, und damit kann ich nur sagen, herzlichen Glückwunsch, weil da habt ihr wirklich Glück, dass ihr das nicht kennt, weil das ist nämlich sehr, sehr unnötig, sehr, sehr ätzend. Braucht wirklich keine Sau. Warum habe ich eigentlich nur alte Gruftis hier? Mal jemanden Jungem hier. So, bitteschön. Viel Spaß mit der Mongolei. Hübsche Farbe übrigens. Da muss ich wirklich mal sagen. Ich finde die Farbe sehr, sehr hübsch. Konvertieren müsst ihr aber selber noch bitte. Und zwar ein bisschen Dali-Dali. Wie schaut es jetzt hier aus? Warte mal, ist das... Ah. Hm. Natürlich. So, es gibt einen neuen Krieg. Verteidigung wieder... Ne, es ist immer noch der gleiche Krieg. Der läuft seit sechs Jahren. Ah, die haben irgendwie Tuppen verloren. Die kriegen gerade hart auf die Schnauze, kann das sein? Ja, gut, die haben genug Geld. 400.000. Bruder, die haben ja mehr wie ich fast. Mach keinen Scheiß. Mach flexibel laufen. Irr, das ist nice. Das ist nice. Waffenstillstände gehen nicht so lange. Pilgerreise. Nee, nee. Gar keinen Bock. Gar keinen Bock. Ich tue ein bisschen religiösen Luxus ausgeben. Und ein bisschen Anspannung abarbeiten. Dann stinkt man zwar ein bisschen, aber wen jockst denn? Mich nicht. Was ist da los? Bürgerkrieg oder was? Hä? Bruder, du hast schon alles im Griff hier, oder? Wer bist du denn? Hau ab. Warte mal, ich habe doch hier das Königreich gegründet, oder? Das Königreich der Mongolei habe ich hier gegründet. Da, du. Wo machst du jetzt hier so einen Scheiß-Krieg hier am Laufen? Alles klar. Kannst du schon wieder echt keinem erzählen? Er hat auch kein Geld, so wirklich. Ich habe übrigens eine Mod mir installiert, die ich aber natürlich wieder nicht nutze, weil ich geistig bindet bin. Ähm, dass ich mehr Geld verschenken kann. Was aber keine Meinung bringt. Man kann quasi einfach nur mehr Geld verschenken. Wäre gar nicht so schlecht hier in so einer Situation. Aber die hat eh schon 12.000 Mann vom Kriegerorden mit drin. Aber noch keine Söldner. Tu mal Söldner anheuern, Alter. Was läuft denn hier? Braucht die Hilfe, oder? Warte mal kurz. Ähm, nee, nicht. Nee, warte mal. Stopp. Ähm. Mongolei, du. Kriegsbeitritt anbieten geht nicht. Weil es keine Bauernfraktion ist. Es ist nur das Problem, wenn dieses komische Fußvolk hier den Krieg gewinnt. Das ist doch dann schlecht. Krieg gegen die Tyrannei. Das heißt dann, das geht um was? Ah, Lebensautorität senken. Ah. Ah. I understand this. Ja, dann macht mal hin ja jetzt hier. 12.600. 15.000 Mann. Die haben echt, die hat relativ wenig Truppen eigentlich. Da steht 24.000, hä? Warum werden da weniger angezeigt, als sie hat? Das verstehe ich jetzt auch schon da nicht. Aber ist egal. Die führen zwei Kriege. Da geht es um größere. Aber gegen Mongolei und Weran-Shin-Gen, oder wie die Dinger heißen, haben sie keine Chance. Die greifen selber. Ah, nee, das ist der Angriffskrieg. Okay. Und das ist ein Verteidigungskrieg. Alles klar. Das Ü gibt es immer noch. Ich finde es faszinierend, dass das Ü sich immer noch hält. Meine neuen Friends. Die greifen nach wie vor die Hafsiden an. Aber jetzt wendet sich der Krieg langsam, aber sicher dann doch zugunsten der Hafsiden. Die haben jetzt dann doch wieder zu viele Truppen. Will die alte Oma eigentlich mal sterben oder 95 Jahre? Es ist Wahnsinn, wortwörtlich. Es ist einfach der Wahnsinn, dass die Oma immer noch lebt. Warum kann ich eigentlich Dijur hier oben nichts erobern? Gut, Schweden gehört mir aber nicht. Ja, fehlen mir Ländereien. Was wäre denn hier ein Kriegsgrund? Ansprüche durchsetzen. Aber das Problem ist halt auch, dass keiner wirklich Ansprüche hat von den ganzen Vöcheln. Da geht es um das Königreich von Novgorod. Herrzutun von Shazaria. Novgorod und nochmal irgendwas. Sehr schön. Dann setzt man doch einfach mal den Anspruch durch. Würde ich mal sagen, oder? Was meint ihr? Ja, das dachte ich mir, dass ihr da meiner Meinung seid. Mal ausheben. Oh, es juckt. Oh. Gott, ja. Sehr schön. So, ähm, hallo. Wo sind wir denn hier? Die Skandinavier, ne? Ist so ein richtiger Sack. Schade, die Skandinavier haben es nie geschafft, wirklich zu einer Supermacht zu werden. Sehr enttäuschend, wenn ihr mich fragt. Danke für das Bistum. Äh. Ist halt so ein Problem, ne? Wenn man zu viel hat, die ganze Zeit. Alter, ist schon ein geiler Tempel, ne? Ist schon so ein richtig geiler Tempel, ey. Ein Schnucki-Putz. Geiler Tempel, du. Ja, ich höre schon auf. Ich höre schon auf. So, 409.000 Mann sollten ja wohl reichen. Und dann breiten wir uns mal ein skandinavisches Territorium aus. In der Hoffnung, dass die mir hier gar nicht groß auf die Eier gehen. Okay, warum so einen großen Umweg laufen? Na, wobei, egal. Beschneidung der Dynastie. Ähm, ne, ja. Sehr gut. Plus drei Verwaltung. Weißt du nicht, warum sie noch Kreuzfahrerkleidung trägt? Weil wir eigentlich gar keine Kreuzfahrerkleidung bräuchten zurzeit. Ich könnte 38 Dynastie-Mitglieder rufen. Ne, muss echt nicht sein. Titel übernehmen, ja. Den tun wir auch gleich wieder abgeben. Und den Herzogtum von Selengental. Oder wie man das aussprechen möchte. Komischer Name. Dass die immer alle so komische Namen haben müssen. Können nicht einfach deutsche Namen haben. Deutschhausen, Deutschgrafschaft, Deutschherzogtum oder sowas. So was ich mir merken kann. Eine kränkende Anschuldigung. Als ich Königin Adelheit im Brief von Kaiser Haver zeige, ist die Antwort darauf zunächst Verwirrung. Dann jedoch Zorn. Ihr glaubt ihm mehr als mir? Habe ich euch nicht immer treu gedient? Ihre Entrüstung weckt einen leisen Zweifel in mir. Vielleicht habe ich zu schnell gehandelt. Ich sollte mich um Wiedergutmachung bemühen, ehe ich diese Beziehung noch weiter zerritte. Zum Glück schreitet meine Freundin ein. Dies geschieht nur, um euch vor den Verleumdungen von Kaiser Haver zu warnen, sagte Ratsprediger Marie. Ah. Ja, ich bin genau der gleichen Meinung. Also quasi meine geliebte Ratspredigerin hat mir da den Arsch gerettet gerade. Den Popes. Aber sehr nett von ihr. Vielen Dank. Für ihre netten Dienste und Bemühungen. Ja, die wird jetzt hier einfach mal nach oben marschieren. Also das Ziel ist jetzt ja eigentlich möglich, schnell die Gebiete zu erobern. Bevor hier irgendwie eine skandinavische Armee sich aufrütten kann. Das ist quasi eh so der Weg, wie ich eh die ganze Zeit Krieg führe hier. Ich führe eigentlich nur noch Krieg, um möglichst... Ich erobere quasi möglichst schnell Gebiete, um dann möglichst... ...schnell den Krieg beenden zu können. Bevor der Feind es schafft, hier eine Armee aufzustellen und mich anzugreifen. Oder zurückzuschlagen. Ich glaube, Skandinavien hat gerade ganz andere Probleme. Die Abbasiden greifen die auch noch an. Also Skandinavien wird bald aufgelöst werden, bin ich mir sehr, sehr sicher. Die Hafsiden... 720.000, Mann, Bruder. Wir müssen uns um die Hafsiden kümmern. Ich meine, ich expandiere jetzt ja quasi nur, damit wir es mit den Hafsiden aufnehmen können. Weil jedes Mal, wenn die Hafsiden eine Provinz erobern, kriegen die quasi fünf Provinzen an Manpower und Ressourcen dazu. Das ist so etwas, was ich zum Beispiel nicht habe. Wenn die mir jetzt zum Beispiel den Krieg erklären würden, die Hafsiden, das wäre schon richtig lächerlich. Muss ich dann schon mal sagen. Das wäre eigentlich richtig lächerlich. Aber halt positiv. Ja, genau. Ey, ihr Hundesöhne. Als ob sie es gehört hätten, ne? Scheiße. Ja, das ist jetzt ein Problem. Shit. Ja, ja, die könnten wir doch jetzt den Krieg erklären. Das ist ja doch jetzt voll schlau, ne? Ja, ja. Mein Krieg gegen Skandinavien dauert noch ewig. Es geht übrigens um... Ja, das ist das, was ich denen geklaut habe. Das Königreich von Valencia wollen die wieder zurückhaben. White Peace würden sie auch nicht annehmen. Minus zwei. Ja, super toll. Das ist jetzt problematisch. Jetzt probieren wir einfach folgendes. Jetzt müssen wir das machen. Wir versuchen jetzt quasi noch mehr unsere Truppen zu splitten und quasi noch mehr gleichzeitig zu erobern. Wenn das möglich sein sollte. Wollte ich jetzt einfach mal nicht ausgehe. Probieren es trotzdem. Geht ihr dorthin? Probieren es einfach mal. Meine Güte. Wir müssen ja nur möglichst schnell Gebiete erobern. Noch sehe ich hier keine feindlichen Truppensammlungen. Wir verlieren jetzt halt auch leider Soldaten aufgrund von Verschleiß. Das kommt jetzt auch noch negativ mit dazu. Okay, die Provinz wurde erfolgreich erobert. Machen wir direkt weiter. Das sind halt auch alles relativ hohe Festungen, ne? Jetzt belagern die erst mal meine Hauptstadt unten. Tunis und etc. etc. Vielleicht schaffen wir es doch noch. Schauen wir mal. Noch sehe ich immer keine Skandinavien. Ah, da kommen skandinavische Truppen. Jetzt wird es interessant. Die Skandinavier nähern sich. Das haben wir ebenfalls erobern können. 97 Prozent. Wir brauchen noch eine Provinz. Irgendwie. Eine einzige brauchen wir noch. Und die haben wir. Sehr gut. Aber jetzt ist der Krieg gegen Skandinavien vorbei. Was wir jetzt machen können ist, unsere Truppen bitte kurz alle zurück irgendwo auf unser Territorium. Alle auflösen. Genau so wie euch. Und dann natürlich hier unten. Ja. So viel dazu. Okay, da sollte ich sie nicht ausheben. Das wäre mein Suizid. Da könnte ich sie ausheben. Wir brauchen auf alle Fälle Kriegerorden. Da braucht man einen starken 12k. Ähm. Ich hasse mein Leben. So, jetzt hat's okay. Also ihr geht erstmal alle zurück nach Hause. Und dann machen wir hier schon mal eine Söldnerarmee und eine Kriegerordenarmee. Also euch tue ich anwerben. Hä? Warum kann ich die nicht anwerben? Angeworben von mir? Echt? Warum habe ich denn das gemacht? Kann ich mitbekommen, dass ich die schon angeworben habe. Aber gut. Ähm, tu mal. Ne, nicht lokale Armee. Gleich, aber gut. Wobei, die haben eh gleich alle aus, glaube ich. So, Söldner. Schauen wir mal. Wir kundieren natürlich Söldner, was der Arzt hergibt. Scheiße. So, Glück haben wir genauso viel Geld. Wir werben jetzt wirklich alles an Söldner an, was man irgendwie anwerben kann. Wo sind wir denn hier eigentlich? 73.000 Mann. Okay. Ist schon mal ein Anfang. Wird nicht reichen. Was ist das Problem? Die 73.000 Mann kann ich mir die Haare schmieren eigentlich. Die bringen überhaupt nichts. Okay. Jetzt haben wir... Nein. Warum? Warum? Warum macht man das bitte? Warum macht man das schon wieder? Warum... Will man mich... Warum hasst man mich so sehr? Dass man dann sowas macht. Egal. Minus 7% Warzone. Ich habe gerade ganz kurz einen Herzinfarkt bekommen. Ich dachte, minus 70%. Ich habe schon gedacht, so was ist denn jetzt los. Ah, sie dürft alle gehen. Verlasst mich. Lasst mich allein. Und kommt hier unten bitte wieder und rettet mir den Tag. Dankeschön. So, ihr geht schon mal in die Schlacht. Hier den kompletten Rest ausheben. Das ist quasi unsere Elite-Armee. Dankeschön für die 380 Mann, die er mir geben wollte. Die brauche ich nicht. Ich brauche gescheite Truppen. So, jetzt wäre es natürlich der Moment, dass jemand denen den Krieg erklärt. Wo die komplett sich um mich kümmern. Wäre quasi der perfekte Moment, die anzugreifen. Erste Schlacht, der wir gewinnen. Anführer ist hier Hauptmann Gottfried von den alemannischen Mietklingen. Er ist ein sehr fähiger Zeitgeist. Er ist übrigens auch aus meiner Dynastie. Quasi einer meiner Dynastie-Hengste hat sich dazu entschlossen, da quasi eine eigene Streitmacht anzuführen. Und ein bisschen Söldner-Spielchen zu betreiben. Finde ich sehr schön. Oh, das könnte interessant werden. Wir haben zwar sehr guten Anführer gegen den sehr schlechten Anführer. Aber die haben hier natürlich tonnweise Truppen. Haben immer den Wask. Okay, doch. Hier sind nicht alle beigetreten. Geht jemand dorthin? Das dauert leider ewig hier, die Truppen alle zu sammeln. Und jetzt folgendes. Wieder alle ausheben. Nummer zwei. Und schicken die 184.000 Mann schon mal da oben mit hin. Oh, das wird eine interessante Schlacht. Oh, 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 oh. Ah, nee, wir werden sie gewinnen. Gott sei Dank. Gott sei Dank kamen die hier nur Bauern. Ich meine, ich habe auch das Kriegsvolk. Also man darf jetzt nicht mal sagen, dass ich das Kriegsvolk-Limit nicht erhöht habe. Die haben auch mehr Kriegsvölker als vorher. Das ist allerdings... Ich weiß nicht, sieht man das hier auch bei den Modifier mit? Ähm... Hier, hier. Plus vier Kriegsvolk und Regimenter und maximale Anzahl plus vier. Das heißt, die haben mehr Kriegsvölker als ich und die haben mehr Regimenter in den Kriegsvölkern als ich. Das weiß ich. Das darf man nicht vergessen. Aber die haben natürlich auch unzählig mehr Bauern. Und das müssen die eigentlich nur mal positiv oder mal geschickt ausnutzen. Und die halt mal sammeln oder stacken gegen mich. Aber trotz allem... Kann ich den Krieg natürlich trotzdem auch verlieren. Darf man nicht vergessen. Da sind 75.000 Mann. Die schicken sie jetzt wahrscheinlich auch noch mit gegen mich. Wir haben schon mal 300.000 Mann verloren. Das ist schon mal gut. Wir haben denen schon mal 300.000 Verluste zugefügt. Der nächste Sieg ist unser. Tun wir hier mal unsere Provinz zurückerobern nebenbei. Da oben kämpft mein Papst vom falschen Glauben wahrscheinlich. Ne, das ist der alte christliche Glauben. Unser alter Glauben. Der kämpft der alte Sack. Der ist ein guter, fähiger Mann. Sowas sehe ich doch gerne. Na, da kommen die 75.000 Mann, die sie jetzt da unten wieder hier mit hochgeschickt haben. Haben jetzt wahrscheinlich gemerkt, das reicht nicht, was die ihren Truppen ins Feld schicken. Wichtig ist halt hier wirklich auch effizient immer aggressiv gleich vorzugehen. und das alles zu unterbinden, was die hier vorhaben. Und jedenfalls ist es auch sehr wichtig, dass wir so große Gebiete erobert haben. Ich weiß nur nicht, warum wir immer... Warum wir immer Dings verlieren. Fremdigkeit. So, warum? So, was, was, was bewirkt das? Habe ich irgendwas ausgewählt? Hä? Ich weiß es nicht. Nicht-christliche Glauben mit dem Grund, gegensätzliche... Schwierig. I don't understand this, meine Damen und Herren. I don't understand this. Wir haben schon 39% Warsko übrigens. Truppenregeneration haben sie natürlich trotzdem immens. Weitere 91.000 Mann. Aber die KI macht es natürlich trotzdem schlauer. Ich muss halt den Krieg jetzt schnell gewinnen, bevor meine Truppen alle verhungern. Die KI müsste nur möglichst lange hier mir aus dem Weg gehen, bis meine Truppen verhungern. Oder halt die selber verhungern. Je nachdem, wie sie es machen. Hier verhungern sie zum Beispiel alle, weil sie nicht die Hellsten sind. Deswegen würde ich sagen, verpurgeln wir die einfach, bevor sie verhungern, oder? So, wir bringen sie um, bevor sie Hunger leiden müssen. Das ist auch eine nette Geste von mir. Ah, da ist der komplette Rest. 120.000 Mann. Also 380 haben sie. Ah, da kommt Nachschub. Da unten sind auch weitere Truppen wieder geschickt worden. Quasi die zweite Welle kommt hier. Rede ich nicht von Corona, da ist ja die dritte Welle schon da und die vierte und die fünfte. Und alle sind schon geimpft, aber trotzdem. War trotzdem immer schön, ne? Zweite Welle, dritte Welle. Entschuldigung. Jo, mit ihrer zweiten Welle hier. Wir haben nochmal einen Punkt verfügbar. Machen wir Diplomat auf unsere alten Tage. Und noch diplomatisch. Wir können es wahrscheinlich schon gar nicht mehr reden, ohne dass uns die Zähne rausfallen, aber egal. Uns geht es ja immer noch gut. Hat mein Sohn schon Kinder? Ja, Gott sei Dank. Unsere Erbfolge ist gesichert. Das ist das Wichtigste. Sehr gut. Der Rest ist mir egal, um ehrlich zu sein. Wird eh interessant, wenn sie stirbt, wenn er dann erbt. Und er ist ja auch schon relativ alt, ne? Er ist auch schon 63. Schade, dass sie nicht Fruchtbücher erhalten hat. Naja, hoffen wir mal, dass der Trade dann noch mit reinkommt später. Jetzt wird es interessant. Jetzt verhungern ich meine Truppen gerade. Ähm, jetzt haben die nochmal einen großen Haufen Truppen hier zusammengeschustert. Die Schlacht gewinnen wir hier glücklicherweise nochmal. Die teilen sich auch immer, also man sieht auch wirklich, wie effizient die KI ist, ne? Muss man, also sie ist effizient, aber sie ist nicht gut. Das ist der Unterschied. Also sie ist effizient im Sinne von, die teilen ihre Truppen sofort auf und versuchen Gebiete zu erobern. Da kommt nochmal eine neue Welle von Reinforcements. Ja, wie schnell die Truppen regenerieren. Ich meine, die haben gut Truppen verloren, ja, aber die Regeneration der Truppen ist schon krass einfach. Also, wie viele Truppen ich hier töte und die trotzdem wieder Truppen sofort ins Feld schmeißen können. Also wir können vom Glück reden, dass ich, äh, dass wir in so einer relativ stabilen Ausgangslage sind. Ich werde natürlich dieses Projekt nochmal angehen in ferner Zukunft, vielleicht das Livestream-Projekt. Vielleicht läuft das auch sogar schon, wo wir dann hergehen und dieses Projekt quasi machen. Aber von Anfang an mit dieser Schwierigkeit, das wird interessant, habe ich mir relativ sicher. Dass das nicht einfach so ein ganz normales Projekt wird. So, den Krieg konnten wir jedenfalls schon mal bedeutsam gewinnen. 470.000, ja, 730.000, die sind echt, die sind nicht ohne, das ist echt krass. So, wir haben jetzt einen Waffenstillstand im Skandinavien, der geht noch 200, der geht nicht lange, der geht nur noch halb so lange. Davor waren es so 60 Monate, jetzt sind es nur noch 30. Also quasi halbiert die Waffenstillstandsdauer. Oh, 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 da geht es jetzt krass hier auch bei denen nach vorne. 308.000 Mann sind trotzdem nur halb so stark wie ihre, wie unsere, wie unsere Feinde, muss man nah dazu sagen. Die Absieden sind unsere aller Feinde, das ist, das ist ein Unterschied. Ich würde auch sagen, dass wir wieder einen Kreuzzug schmeißen, wenn wir können, aber wir können ja erst in 20 Jahren oder so. Könnten ein Religionskrieg und Königreich machen. Könnten uns, das wäre jetzt aktuell vielleicht gar nicht so uninteressant, sich Afrika zu holen. Oder wartet mal ganz kurz, kann ich denn, ah, ich kann Hispanien schaffen. Das Problem ist, dass die hier diese Titel alle schon eingegliedert haben, ich dann da keinen Dijur-Anspruch habe auf das ganze Geschmarrer da. Ich habe keine Dijur-Ansprüche auf irgendwas. Wie gesagt, wir müssten dann, wenn, ein Religionskrieg und ein Königreich machen. Ich denke, Afrika würde sich da jetzt sehr gut anbieten aktuell. Oder man sagt halt wirklich, wir gehen mal auf Bulgarien. Was auch ein interessantes Ziel wäre. Ich denke, wir machen Bulgarien. Den Krieg erklären wir jetzt. Pausieren das Ganze hier an dieser Stelle. Ich bedanke mich bei euch allen fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Dürft gerne bewerten, abonnieren, dividieren, subtrahieren. Die haben einen Bürgerkrieg in der Zwischenzeit. Die sind eher am Sack. Skandinavien auch. Wie gesagt, Hafsiden gegen uns, das ist das letzte große Duell. Und wenn das endet, dann endet auch dieses schöne Projekt. Und ich habe auch das nächste bereits geplant. Wie immer, bleibt dabei, bleibt mit dran. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Tschüss.